Hallöchen Freunde und Willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Pokémon Feuerrot und dieser Typ ertrinkt glaube ich gerade, ich sehe eine Inselgruppe oder auch nicht. Naja, ich hatte mir schon Sorgen gemacht um ihn, aber er hat sich wohl noch gefangen. Das letzte Mal haben wir hier auf dieser Route bereits die ersten Trainerboys besiegt und ein Trassler gefangen, welches wir vielleicht sogar irgendwann mal ins Team nehmen werden. Und wir catchen jetzt hier auch gegen die restlichen Trainerboys noch, die alle hier mitsamt in der Runde schwimmen. Nun, wir sind auf dem Weg zu Pyro, dem letzten Arenaleiter dieses Spiels. Also ihr seht, so langsam geht es dem Ende entgegen, ja. Es fehlt nur noch ein Orden und dann können wir schon die Pokémon Liga herausfordern. Richtig geile Sache. Bis dahin müssen wir aber noch ein bisschen unser Team trainieren, würde ich mal vorschlagen, ne. Und es gibt ja auch noch ein paar Routen Pokémon, die man fangen kann. Also es gibt noch genug zu tun. Übrigens, ich habe mir auch Gedanken gemacht über Postgame Content und ich werde das so machen, dass ich den Postgame Content hier nicht spielen werde. Die Challenge endet offiziell mit dem Sieg gegen den Champion. Also dann wäre die Challenge erfolgreich beendet und das Projekt auch. Falls wir vorher verlieren, ist natürlich blöd. Wir hoffen einfach mal nicht. Steinwurf übrigens sehr gefährlich gerade. Verdammt, warum machst du sowas? Sinope! Oh Mann, ey. Ich hätte wechseln sollen. Ich hätte einfach verdammt nochmal wechseln sollen. Das ist doch blöd hier. Das ist richtig blöd. Ruckzuck, ich mach Platz hier, das ist scheiß Lunarstein. Ich wollte gerade was erklären und dann passiert hier sowas. Oh Mann. Na super. Na, immerhin haben wir jetzt einen Platz im Team frei für Trassler. Wie Senior wird in den Kampf geschickt. Ich wollte gerade erklären, wie es mit dem Postgame Content ist, weil eigentlich gibt es hier noch richtig viel zu tun. Nämlich, es gibt hier ja... Es gibt noch die ganzen Inselgruppen, die man hier bereisen kann mit solchen Schiffen oder so. Und die kann man eigentlich erst nach der Story spielen. Was wir aber nicht machen werden. Wir werden vielleicht tatsächlich noch ins Kraftwerk gehen, weil man da immer noch einen Routen-Pokémon fangen kann und auch einen Pokémon besiegen kann. Nämlich Zapdos. Denn legendäre Pokémon müssen besiegt werden. Und ja, gibt es sonst noch irgendwas zu tun? Lavados kann man sich noch organisieren im Pokémon-Haus oder wie das heißt, auf der Zinnobär-Insel. Da kommen wir aber sowieso vorbei. Wo gibt es Arktos nochmal? Arktos gibt es auf den Seeschauminseln. Kann man auch besiegen. Ja, Mewtwo werden wir da nicht kennenlernen, weil den kann man ja erst nach der Pokémon-Liga antreffen. Und da ist das Let's Play dann in jedem Fall schon beendet. Außer, ihr schreibt jetzt natürlich hochgradig in die Kommentare, dass ich ein verdammtes Arschloch bin und gefälligst auch noch den Postgame-Content machen sollte. Dann werde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber momentan gehe ich davon aus, dass ich das nicht machen möchte. Ja, ziemlicher Scheiß, dass hier Sinope abgekackt ist. Aber andererseits, Dione entwickelt sich. Das ist natürlich schön. Endlich mal Rasav hier im Team. Rasav sieht auch richtig brutal aus. So ein richtiges Schwein ist das doch, oder? Rasav ist doch ein Schwein offiziell. Mit so einer Steckdosen-Nase. Oder verwechsel ich das jetzt? Nee, ist ein Schwein. Aber wie brutal er auch aussieht. Immer böse. Dione wurde zu Rasav. Sehr cool. Und Raserei, das passt ja zu ihm. Aber ich möchte das nicht erlernen, oder? Was sagt denn hier der Infotext zu Raserei? Erhöht Angriff des Anwenders bei jedem gegnerischen Treffer. Ach so. Also wahrscheinlich besonders sinnvoll gegen solche Gegner mit Kratzfurie oder so, die fünfmal treffen in einer Runde. Aber, ne. Lassen wir das mal stecken. Nicht erlernen, bitte. So. Und wer übernimmt jetzt die Spitzenposition in unserem Team? Sykorax, komm. Komm du mal an die Spitze. Sehr ärgerlich, Sinope-Mann. Jetzt haben wir nicht mal jemanden mehr, der paralysieren kann. Verdammt. Unsere Pokémon-Catch-Kombination funktioniert jetzt gar nicht mehr. Das ist echt blöd. So, wollt ihr Doppelkampf oder was? Ich kümmere mich um meinen Bruder. Er ist vor kurzem mein Trainer geworden. Mhm. Na, dann ist er bestimmt eine Wurst, oder? Eine Herausforderung von Geschwistern Nora und Tom mit Feurigel und Schlurp. Feurigel war sein Starter-Pokémon, glaube ich. Und Hydra immer noch verwirrt. Das ist natürlich blöd. Ich hoffe, Feurigel kann keine Feuerattacke, die auf Sykorax geschleudert wird, weil das wäre durchaus böse. Machen wir einfach mal Schlitzer auf Feurigel. Und, äh, was noch? Äh, Durchbruch auf Schlurp, weil das ist sehr effektiv. So, töte ihn bitte mit Schlitzer. Das wäre episch. Jawoll, Baby! Sehr cool. Keine Sorgen müssen wir uns mehr machen, um eine Feuerattacke. Und Durchbruch auf Schlurp. Vielleicht wird er auch sogar besiegt mit einem Schlag. Das wäre episch. Jawoll! Sehr guter Job, meine Freunde, trotz Paralyse. Wahrscheinlich sollte ich das mal heilen, ne? Weil das nervt ja schon ein bisschen, so eine Paralyse, die ganze Zeit. Das ist keine Art, meinen kleinen Bruder zu behandeln! Ja, wieso willst du dann kämpfen, ey? Sein erster Kampf, ne? Und er hat ihn direkt verloren. Wieso startet er überhaupt mit Level 30 als Pokémon? Das geht eigentlich gar nicht. So, Paraheiler. Den suchen wir jetzt. Paraheiler! Da ist er. Und wir haben auch fünf Sonderbonbons. Das ist gar nicht mal wenig. Muss ich mir mal gucken. Muss ich mir mal angucken, ob ich da irgendwie mal einen Sonderbonbon verteilen möchte. Denn die schmecken richtig gut. Und was seid ihr denn hier für eine Kohorte? Wieso wird hier überhaupt nicht angegriffen? Ich hab Schutz drin. Ich hab einen verdammten Schutz drin! Wieso ist dieses Trassler auf einmal Level 40? Und das, was ich gefangen hab, war Level 6. Das ist ziemlich unausgeglichen. Ich hätte lieber das Level 40er gehabt. Ja, gegen Level 40 lohnt sich ja sogar ein Tausch gegen Hydra. Ziemlich brutales Level, muss ich mal sagen. Aber ihr seht, Schutz wirkt halt nur gegen schwache Pokémon. Und wenn letztendlich ein Pokémon auftaucht, welches stärker ist als das Pokémon, was wir in der Spitze des Teams haben, werden wir trotzdem in den Kampf verstrickt. Psychokinese, oh mein Gott. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel Schaden. Ne, macht es nicht. Aber das ist geil. Trassler kann Psychokinese lernen. Da freue ich mich ja schon jetzt drauf, wenn wir Trassler ins Team nehmen. Mit Psychokinese ist dann durchaus gut. Ne. Durchaus eine gute Sache. So, Fliegerino. Trassler, keine Chance. Wie viele Erfahrungspunkte gibst du eigentlich als wildes Pokémon? Guck mal, 400, das ist ja schon ein bisschen lächerlich. Kämpfen wir mal gegen euch, Boys. Diese Gewässer sind trögerisch. Wie das, äh, dieses komische Dreieck. Wie hieß das nochmal? Dieses Dreieck, wo die ganzen Schiffe absaufen. Das Bermuda-Dreieck, genau. So, Sykorax, dann zeig mal, was du gegen Dodo machen kannst. Dodo ist natürlich eigentlich vom Typ her im Vorteil, wegen Flug auf Käfer. Aber das interessiert mich, äh, ein Furz. Ja. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Und Camerupt. Camerupt. Einer der coolsten Namen. Wir wechseln auf Nereid und mit einer richtig schönen Surfer-Attacke löschen wir auch bei ihm. Äh, ja, das, den brennenden Ehrgeiz des Kampfes. Ja, sehr philosophisch. Camerupt. Oder Camerupt. Aber das klingt wesentlich uncooler als Camerupt. Das kommt ja von Eruption wahrscheinlich. Und von Kamel. Das ist, äh, durchaus, äh, die Herkunft des Namens. Und Knilz wird in den Kampf geschickt. Was machen wir gegen Knilz? Ich möchte weiter kämpfen mit Sykorax. Weil der muss auch mal ein bisschen Level hier auf, aufstocken. Level 41 möchte ich mit meinem Team sein, bitte. Das wäre echt geil. Weil Hagen heißt er übrigens. So heißt er auch im Ort hier in der Nähe irgendwo. Und da gibt's ne Disco. Da sind wir früher mal hingefahren. Ja, damals, als ich noch cool war und in der Disco war und richtig die Chica Bonitas aufgerissen hab den ganzen Abend lang. Das waren noch Zeiten. Und die konnten sich auch gar nicht halten, ne? Wegen meinem Traumbuddy. Aber das führt jetzt zu weit. Schwertanz eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber wegen meiner Philosophie keine Booster-Attacken zu lernen, lass ich die einfach mal stecken. Krebskorps. Ich, die ganzen, die ganzen Boys aus der, aus, die ganzen Gärten aus Pokémon XY hatten noch auch Krebskorps. Oder verwechsel ich da jetzt was? Mal gucken. Ich glaube, das sind die. Das sind die tatsächlich. Genial. Schockwelle sollte trotzdem sehr viel Schaden machen. Krebskorps und Karabi sind übrigens auch entfernt Verwandte. Obwohl das eine ist ne Krabbe und das andere sind Krebs. Und ich glaube, da ist der Unterschied begraben. Naja. Als ob ich das jemals feststellen könnte. Radfratz. Das brutalste Pokémon natürlich zum Schluss. Da kann auch Dione mal wieder ein bisschen hier Action zeigen. Radfratz. Von dem habe ich nicht, sondern nicht viel Angst. Superzahn ist die einzige gefährliche Attacke, die ich fürchten muss vor Radfratz. Mach mal hier Karateschlag. Also Radfratz ist so klein, dass hier Karateschlag wahrscheinlich besser ist als Fußkick. Es gibt wenig Pokémon, die kleiner sind als Radfratz. Gibt ja auch kaum Erfahrungspunkte. Ey, echt erbärmlich. Das war durchaus gefährlich. Ja, traurige Sache. So, kämpfen wir noch gegen die anderen Leute hier. Schwimmen macht Spaß, aber man holt sich schnell einen Sonnenbrand. Ja, dann muss, soll ich dich eincremen? Das würde ich natürlich gerne machen. Alice. Lunarstein. Oh nein. Schon wieder Lunarstein. Der hat doch eben erst ein Pokémon für mir vernichtet. Das fand ich nicht nett. Diesmal sind wir ein bisschen vorsichtiger, hoffe ich. Und weh, er macht Steinschlag oder so, weil das trifft natürlich auch Eis sehr effektiv. Steinwurf, nein. Aber Nereid kann natürlich ein bisschen mehr aushalten als so ein zerbrechliches, als so ein zerbrechliches, äh, wie hieß das Ding? Sinope, Papinella? Ist Papinella gewesen? Ich glaube schon. Das kannst du ja schon mit irgendwie, ja, keine Ahnung, mit was. Als, wenn du die Tür zuschlägst und mit dem Luftstoß, der dadurch entsteht, kannst du schon einen Papinella töten. Dick da wird in den Kampf geschickt. Das, äh, das Boden-Pokémon, das dich immer eingrebt und welches kein Unterkörper zu haben scheint oder so. Obwohl, da gibt es ja auch lustige Fan-Arts, die zeigen, wie dick da eigentlich wirklich aussieht. Und da ist das voll das muskulöse Ding unter, unter, Untergrund. Besonders bei Dikderie wird es ekelhaft, wenn die dann, ne, so. So, du bist ein ganz schlimmer Finger. Ach, du willst gar nicht wissen, wo ich mit meinem Finger, naja. So, und du willst auch kämpfen, wie ich gehört habe. Ich bin hierher geschwommen und nun bin ich müde. Und ich werde nicht mehr zurück an Land kommen mit meiner restlichen Ausdauer. Das heißt, ich werde hier eh nicht sterben. Aber naja, lass uns hauptsächlich Pokémon-Kämpfe machen. Ja, das ist, äh, das ist wirklich Hingabe, ne. Forstelka. Das sieht irgendwie aus, als ob es Finale kann. Und Finale ist, äh, eine Attacke, die ich nicht gerne mag. Forstelka. Kann sich in die Luft sprengen. Ich glaube, das ist sogar schon mal passiert, oder? Ist das nicht sogar schon mal passiert in dieser Challenge, dass sich Forstelka in die Luft gesprengt hat? Ich möchte es gerne nicht wiederholen. Deswegen Eisstrahl. Gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Das sieht doch selber schon aus wie so eine Wassermine, oder? Oh, Finale, tatsächlich. Oh man, Finale, ey. Ich habe Angst vor solchen Pokémon, die sich hier die ganze Zeit in die Luft sprengen. Ich habe schlechte Erfahrungen damit. Altaria, das Flug-Pokémon, bestehend aus Wolken, wird natürlich mit einem geschickten Eisstrahl sofort vom Himmel geholt. Und Altaria kann sich zum Glück nicht in die Luft sprengen. Das ist definitiv eine ernüchternde Botschaft für dich, aber für mich natürlich umso besser. Nach dem Kampf unbedingt müssen wir den Trank reinschmeißen für Nereid. Weil hier doch schon einiges an Schaden bekommen. Donphan. Das schaffen wir aber noch hoffentlich. Donphan. Mit einem Surfer werden wir da agieren. Donphan sieht eigentlich auch richtig cool aus, finde ich. Der hat auch richtig Style. Wenn ich ein Pokémon-Trainer wäre im Real Life, dann hätte ich ein Donphan in meinem Team, glaube ich. Und Elektek. Donphan und Elektek. Von beiden Pokémon drei Stück im Team und das ist das perfekte Team. So, Level 42. Das sieht doch schon mal gut aus, Francesca. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ja, dann wirst du wahrscheinlich wirklich sterben. Lapras ist so groß, dass es dich trockenen Fußes über das Wasser tragen kann. Ja, klingt so, als ob du wirklich wüsstest, dass ich einen Lapras im Team habe. Aber ich glaube, sie hatte in ihrem Team normalerweise einen Lapras und deswegen hat sie diesen Spruch einfach geäußert. So, Tränke. Wir benutzen Tränke. Ach, Mann, Sinope. Wieso bist du nur gestorben? Das ist doch echt doof. Du warst so gut. Du hattest Wasser, du hattest Pflanzenattacken und vor allem du hattest Paralyse. Wie schön war das denn, um Pokémon zu fangen? Unsere Fangkombination geht jetzt nicht mehr. Das ist echt ärgerlich. Naja. Kämpfen wir noch gegen den letzten hier aus eurer Truppe? Gibst du mir das Pokémon, auf dem du stehst, wenn ich gewinne? Bist du eigentlich komplett bescheuert? Sind wir hier bei Yu-Gi-Oh! Dual City oder was? Katja, Glutexo. Und wenn ich gewinne, dann bekomme ich dein Glutexo. Das, äh, na gut, lass uns diesen Deal machen. Oder wollte sie das nur in eine Richtung? Das wäre sehr gemein. Wechseln wir mal lieber, denn Glutexo kann bestimmt eine Feuerattacke. Wechseln wir zu... Ne, right! Ist ja jetzt wieder gut bei Gesundheit und kann wahrscheinlich auch eine Feuerattacke überleben. Trotz dem Eis-Zweit-Typ macht's ja kaum Schaden, ey. Macht kaum Schaden. Wegen einfach dem Wasser-Typ. Der kontert das aus. Der gleicht das aus. Sehr schön. So, Eisstrahl, äh, hab ich nicht benutzt, sondern Surfer. Durchaus gut. Und Lunar... Oh, wieso haben hier alle Lunarstein? Ist das hier das neue Trend-Pokémon oder was? Ist das das neue... Äh, das neue... Weiß ich nicht. Pikachu? Jeder hier hat Lunarstein. Das ist doch unglaublich. Aber diesmal... Nimmst du keins von meinen Pokémon mit, ja? Das war nämlich sehr gemein hier. Gronkh! Gronkh! Wir spielen hier gegen Gronkh! Oh, da kann ich wieder einen super Videotitel machen. Äh, dass alle Leute klicken, weil die denken, das ist ein Gronkh-Video. Und dann sage ich, Pokémon, äh, Gronkh in Pokémon. Oder so. Ich bleib mal drin. Und schaue, was passiert gegen Gronkh. So sieht also Gronkh in Pokémon aus. Sehr interessant. So, töten wir Gronkh. Level 27. Hat ja keine Chance, dieses elendige Schwein. Wirklich ein Schwein. Oh nein, verwirrt. Oh, das mag ich nicht. Bitte töte dich nicht selber, Nereid. Oder treff dich zumindest schon mal nicht selber. Das wäre ja auch schon mal ein Anfang. Mach mal lieber Eisstrahl. Eisstrahl. Aber das hat erstaunlich wenig Schaden gemacht, wenn ich das mal anmerken dürfte. Das hat ja nicht mal die Hälfte HP gemacht. Das ist ja echt wenig. Sehr uncool. Schnüffler. Auch das noch. Schnüffler. Der schnüffelt hier einfach, äh, das ist so ein Trüffelschwein oder was. Naja, zumindest nicht mehr verwirrt. Das ist eine gute Sache. Und Surfer sollte jetzt ausreichen. Sehr schön. Du hast aber noch ein richtig volles Team. Und Fucano ist eins dieser Mitglieder. Aber der hat natürlich keine Chance. Keine Chance gegen, äh, Lapras namens Nereid. Das ist sehr cool. Bedroher. Das ist mir vollkommen schnuppe. Denn, guck mal hier, Surfer. Ich hoffe, ich benutze nicht Surfer so oft, dass ich dann, äh, ja, zu Fuß nach Hause schwimmen muss. Aber nein. Die VM verwendet natürlich keine AP. Auf der Overworld Map. Und Radfratz wieder mal. Oh, da können wir endlich mal wieder hier Dione in Action sehen. Unser beliebtes Rasa, ja. Dione. Das ist, äh, dein letztes Pokémon, ja. Und dann so eine Wurst. Keine Chance gegen Karate-Schlag, würde ich mal sagen. Mit dem Karate-Schlag können wir auch Ziegelsteine zerbrechen. Und dann auf jeden Fall auch Radfratz, ja. So, Katja. Oh, ich habe verloren. Gib mir jetzt dein Pokémon oder zählt der Trade nur auf einer Seite? Bis zu den Sehschau... Jetzt noch ablenken oder was? Willst du mich eigentlich verkack-eiern, ey? Erst macht sie hier so eine Wette und dann lenkt sie jetzt ab von ihrer Inkompetenz. Naja. Das nächste Mal, wenn wir Pokémon zocken, geht es hier weiter Richtung Seeschauminseln und, äh, Zinnobeerinsel. Auf den Wasserrouten. Mal schauen, wie viele Boys da gegen uns fighten wollen. Bestimmt viele. Und mal sehen, ob das Rätsel der Seeschauminseln schon gelöst werden kann. Das ist ein großes Mysterium. Bis dann, Leute. Und tschüssi, Kowski! B's-B's-B's-B's. building. B's. B's-B's.